Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Fliegende Untertassen greifen an vorstellen. Dieses wurde am 27.10.2023 von Anolis veröffentlicht. Als Cover haben wir hier die Variante A mit dem alten deutschen Kinoplakatmotiv. Links eingeblendet könnt ihr jetzt das Cover B betrachten. Hier dann einmal der Buchrücken, gefolgt von der Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenfotos, die Inhaltsangabe sowie die technischen Daten. Als Extras bekommen wir hier zwei Audiokommentare, Erinnerungen an Earth vs. the Flying Saucers, ein Interview mit Joan Taylor, Hollywood Schwarze Liste und Bernard Gordon, die Original-Titel-Sequenz, den deutschen und den US-Kino-Trailer, Trailers von Hell mit Joe Danty und eine Bildergalerie. Ach ja, und bevor ich es vergesse, auf einer separaten Blu-ray gibt es natürlich auch die alternative Farbfassung. So, oben, wie üblich, der Flyer. Was erwartet uns als nächstes? Die Geliebte des Vampirs ist aber, meine ich, schon draußen. Also ich weiß, der kommt jetzt im Keep Case, aber das Mediabuch ist draußen. So, hier einmal die Schwarz-Weiß-Fassung des Films. Da die Farbfassung des Films und dahinter zwei Szenenfotos. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 32-seitige Booklet mit einem Text von Dr. Rolf Gießenblättern. Hier erfahren wir etwas über die Hintergründe der fliegenden Untertassenhysterie der späten 40er und frühen 50er Jahre, bekommen einen Einblick über die Entstehung des Drehbuchs und die Probleme, die Bernard Gordon hatte, da er auf der schwarzen Liste für Hollywood stand. Unterbrochen wird der Text dann immer wieder mit alternativen Plakatmotiven oder Aushangfotos. Fliegende Untertassen greifen an ist ein amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1956, der auch unter dem Titel Earth vs. the Flying Saucers bekannt ist. Mit einer Laufzeit von ca. 83 Minuten bietet der Film eine spannende Mischung aus Science-Fiction, Action und Alien-Invasionen. Die Handlung des Films dreht sich um die plötzliche Erscheinung von fliegenden Untertassen über Washington DC, die die Hauptstadt der Vereinigten Staaten bedrohen. Der Film folgt dem Wissenschaftler Dr. Russell A. Marvin und seiner Frau Carol, die ein Raketenforschungszentrum leiten. Als die Untertassen auftauchen und aggressiv agieren, werden die Marvins in die Bemühungen zur Abwehr der außerirdischen Bedrohung involviert. Der Film ist ein Beispiel für die Science-Fiction-Filme der 50er Jahre, die oft die Furcht vor einer außerirdischen Invasion und die Unsicherheit im Kalten Krieg widerspiegelten. Diese Filme waren oft von den politischen Spannungen, dem Wettrüsten und der Angst vor einem nuklearen Krieg geprägt. In diesem Kontext sind die außerirdischen Angreifer in fliegende Untertassen greifen an, Metaphern für die feindlichen Mächte des Kalten Krieges. Die besonderen visuellen Effekte des Films wurden von Ray Harryhausen kreiert, einem der Pioniere in der Stop-Motion-Animation. Harryhausens Arbeit trug erheblich zur Bekanntheit des Films bei und folie den fliegenden Untertassen und den Zerstörungen in Washington D.C. eine beeindruckende visuelle Qualität. Seine Fähigkeiten als Special-Effekt-Künstler trugen dazu bei, den Film zu einem Meilenstein in der Geschichte des Science-Fiction-Kinos zu machen. Ein interessanter Hintergrund zu diesem Film ist die Tatsache, dass er von einer wahren Begebenheit inspiriert wurde. Der Vorfall von 1952 in Washington D.C., bei dem mehrere unbekannte Flugobjekte über der Hauptstadt der USA gesichtet wurden, diente als Grundlage für die Handlung. Obwohl diese Sichtungen später als fehlerhafte Radardaten und atmosphärische Phänomene erklärt wurden, schürten sie die Ängste vor einer außerirdischen Invasion und inspirierten viele Science-Fiction-Autoren und Filmemacher. Der Film wurde von Columbia Pictures produziert und im Juli 1956 veröffentlicht. Er war ein kommerzieller Erfolg und trug dazu bei, das Sci-Fi-Genre weiter zu etablieren. In den Jahren nach seiner Veröffentlichung erlangte er Kultstatus und wurde zu einem wichtigen Teil des kulturellen Erbes des Sci-Fi-Kinos der 50er Jahre. Fliegende Untertassen greifen an, ist auch ein Beispiel für die damalige Faszination mit dem Weltraum und den Möglichkeiten der Raumfahrt. In den 50er Jahren begann die Raumfahrt-Ära und die Idee von außerirdischem Leben und außerirdischer Intelligenz war in den Köpfen der Menschen präsent. Dies spiegelt sich in vielen Sci-Fi-Filmen dieser Zeit wieder. Der hier vorliegende Film zeichnet sich auch durch seine düstere und bedrohliche Atmosphäre aus. Die Darstellung der Zerstörung in Washington DC und die Angriffe der Untertassen auf die Menschen erzeugen Spannung und lassen den Zuschauern in die Geschichte eintauchen. Die speziellen visuellen Effekte von Ray Harryhausen tragen dazu bei, die Bedrohung durch die außerirdischen Eindringlinge glaubwürdig darzustellen. Die Botschaft des Films, die letztendlich auf die menschliche Entschlossenheit und den Forschergeist setzt, um eine Bedrohung abzuwehren, ist zeitlos. Sie erinnert daran, dass die Menschheit in der Lage ist, Herausforderungen zu bewältigen und sich gegen jede Bedrohung zu verteidigen, sei es irdisch oder außerirdisch. Fliegende Untertassen greifen an ist ein Film, der das goldene Zeitalter des Science-Fiction-Kinos der 50er Jahre repräsentiert. Er kombiniert spannende Handlungen, beeindruckende visuelle Effekte und eine faszinierende kulturelle Hintergrundgeschichte, die von den Ängsten und Hoffnungen jener Zeit geprägt ist. Der Film hat einen festen Platz in der Geschichte des Sci-Fi-Genres und bleibt ein beliebter Klassiker für Science-Fiction-Enthusiasten und Filmliebhaber weltweit. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lasst gerne ein Abo oder Like da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!